Hey, alles noch dran? Ich glaube, ja. Das ist doch ein Scherz, oder? Ich glaube, das ist doch ein Scherz. Das können wir auch. Oh, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Stimmt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und man hat ja nicht keinen Kontrollpunkt, ne? Also auf jeden Fall nicht mehr mein neues Start. Ich hoffe natürlich, dass wir ja jetzt nachher gleich einen Kontrollpunkt haben. Was? Was hat das denn? Oh mein Gott, ich muss einfach wieder reinkommen. Er muss eben auch reinkommen. Nein, raus, raus, raus. Oh, nee. Oh, blöds Ding. Ach, sie hat doch auch, oder? Sie kann doch heilen. Mach doch mal heilen. Ach, sie hat doch auch Gebet dafür. Gebet. Ähm. Haben wir Gebet hier? Die ist ja nicht. Und natürlich, du bist doch ein blödes Ding. So, es geht wieder hier weiter. Ja, ja. Alter, jetzt kommt er wieder täglich, hoffentlich. Es lag auch daran, das Ding, das LP braucht so viel Zeit. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das im zweiten Remake da mache. Ich glaube, muss ich mal gucken, weil die, die ist LP hat, mit am meisten so viel Zeit verbringt. Ein normaler kann LP. Aber ist auch nicht, oh, alter. Ach so. Ach so. Oh, Gott, hab ich Glück gehabt. Das war aber, er war ganz genau drauf gestielt. Okay, danke. Sehr gut. Oh, alter, du mit dem, blöden Mistling da. Oh, Gott. Oh, Gott. Äh. Ja, tschüss. Okay. Erstmal hier wieder. Also werde auch Gebet nehmen können. Müsst ihr denn denken? Oh, Gott. Bin hier wieder Feuer aus. Dann merkt ihr es, glaube ich, auch ein bisschen. Ich habe auch selber lange nicht mehr gespielt. Ah, gut. Jetzt hätte ich ja auch ein bisschen aufbringen können. Was denn? Was ist denn für eine Scheiße? Oh, Gott. Redet doch mal. Ich glaube auch, das war ja. Oh. Äh. Ei. Sie suchen, Tolle. Reicht das vielleicht ein bisschen? Äh. Geht. Ich brauche mal, wie er, wie er ist. Genau. Die haben wir vielleicht mal beide spielen. Und nicht wie, nicht hier so. Ich mache ganz gerne, ich weiß. Ich mache ganz gerne mal so ein, ein Eins. Nein. Oh, Gott. Oh, nein. Ich muss mal den Schaffung wieder etwas treffen. Oh. Ich bin auch dabei auf die Abwehrmodule hier. Oh, du mit deinem blöben Laser. Wie machst du alle zwei Sekunde? Wie nicht? Was ist denn hier? Süß ist es, oder? Oh, das ging ja noch. Ja, gerade war's so. Oh, nein. Nicht schon wie der Laser. Oh, wie oft hast du das? Nee, weil, nehmen wir die anderen. Ja, ernsthaft. Gut gemacht, Barrett. Ja, gut. Ja, gut. War eigentlich nicht. Lade auf, lad auf. Das ist, obwohl wir ganz gut dabei. Warum auch immer? Ah. Nimm mir das mal und dann machen wir mal auf A. Du hast ein verschossener. Oh, Gott. Bist du blöd. Ja, natürlich. Oh, Gott. Jetzt aber. Oh, Gott. Jetzt aber bitte. Sonst, ähm. noch stehst du was was oh Gott wenn du im Rückstoß der Rückstoß oh mein Gott oh Alter der hätte mir die ganze Zeit an einer Tour machen können erst mal eine verstande Verteidigung oh Alter mach ihn doch nicht jedes Mal jetzt hier komm jetzt gehen wir genau der liebe Barrett vor einer Pause aber wie immer muss er hinten oh Gott das war dumm oh Gott das war richtig blöd oh Gott ich weiß nicht was ich das machen oh Gott ich bleibe mache mit ich den ich ich da beschwören genau haben wir schieber er stimmt eigentlich nicht das ist ich habe es nicht das ist das ist das ist das ist das ist das ist Ach so erwische ich ihn. Der hat hinten einen Schwachpunkt, das wusste ich gar nicht. Er hat vorne einen Schwachpunkt, das wusste ich. Der ist aber noch gut. Yes. Keine, keine Abwehrmodule mehr Leute. Oh wir haben ihn. Jetzt geht das los. Das ist Sturmangriff. Au, das ist Sturmangriff. Geil. Willst du ihn fern? Oh, holy, holy, holy. Oh, holy. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Was ist das? Endlich geschafft. Wieso ist man eigentlich mal der nachladen, wenn es gerade gar nicht passt? Wieso? 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 Was hab ich denn letztes Mal so falsch gemacht? Nix Yes Favorite Achse 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 Das war's für heute. Oh nein, das war's für heute. Das war's für heute. Und das war ja auch der Grund, warum ich verloren hab. Wegen dem Laser, weil ich... Ich verstehe den Laser nicht. Also wenn ich einzelne Sachen nicht verstehe, ist es der Laser. Ich weiß halt auch nicht, wie der Schock anfällig. Nice. Ähm. Rüdische Resistente. Ach so. Er ist resistenter. Ja. Wow, was ist denn? So, hier hin. Okay, gut. Wirst du reichen. Wirst du reichen. jetzt soll das anvisieren noch mal was vorhallen der wind Komm, komm, komm! Tock, komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Dann werden wir sie. Oh, er hat dich nicht erwähnt, dass du das hast, der sie war! Wenn ich jetzt schocken kann. Lass ihn in Ruhe. Oh, Jesus. Mega Trang, kann er rift, hätte. Genau. Oh Gott, ne, so hab ich das jetzt nicht gemeint. Holy, holy, holy. Komm. Stopp. Warum machst du denn auf den Rad? Oh, nicht aufs Rad. Nie aufs Rad, Mensch. Rad ist doch kacke. Rad mögen wir nicht. Oh Gott. Ich bin mal nah dran. Ich bin ein bisschen zu nah gerade. Ah, ich kann das hier auch gar nicht an mich. Ich werde natürlich gern zu nehmen. Wer wird alles aus? Komm, mach mal. Gut. Wenn jetzt beide doch ne Blitz hätten, ne? Hätte ich vorher einschränken können, ne? Ja, stimmt. Immer gebet. Sehr der gut. Das hilft auch nicht. Na gut. Vielleicht ein bisschen mehr. Übernimmer. Ich werde da gehen. Wenn ich nicht bist du. Gut. Ich meine, wir haben noch ein paar Frühlingspeatern. Weil ich will das ungern mit Frühlingspeatern ausgleichen. Das Problem ist auch, dass er sich damit halt sofort killt, ne? Vielleicht? Ich werde gleich gleich nie mehr Blitz. Aber hoffentlich schaffen wir's hier jetzt mal. Wäre echt glücklich, wenn wir's nicht nochmal. So, Blitz hier. Mach dir jetzt glücklich runter. Oh Gott, oh du machst mich glücklich. Ne, ne, du machst mich nicht. Ne, warte noch. Äh, äh. Da hab ich mir nämlich genau das Bisschen, was ich mir gedacht hab. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob das... Was? Was? Ich mach jetzt noch bitte. Oh Gott, hab ich gekappt. Jetzt die Granate rein. Was? Was? Was ist denn Modus? Ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Da. Du machst mich mit sofort Heilung. Der hängt was aus. Gibt's irgendein Vornecker? Hinter dir ist eine. Oh Gott. Danke. Ich dachte, er wär tot. Er hat Angst. Dem Kern wurden gleich gemacht. Ja, das sehe ich. Wie überstehen wir das nicht. Zum Lächeln wie es vorhin. Erf uns wieder. Weit und breit. Keine Deckung in Sicht. Untermichtig. Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Dem haben wir's gezeigt. Ja. Doch, soll es tun. was natürlich nicht wir müssen ihren fluchtweg sichern jesus